herzlich willkommen zu einem weiteren unboxing auf meinem kanal herzlich willkommen und danke dass ihr eingeschaltet habt ja ich habe mal die codes verdeckt von dem paket auf jeden fall ist das halt so ein bisschen offen ja keine ahnung sind nicht so gut verpackt sage ich jetzt mal ich packe das jetzt einfach mal aus mal gucken wie das aussieht so man kann das hier aufreißen muss ich das so aus wie sie erst mal den ganzen karton aufmachen alles um wo müssen gar nicht umdrehen fällt schon so raus hier haben wir die plastiktüte auf jeden fall mädchen scheiner ja welche ist mir jetzt hier das plastik aufmachen die tüte was das drin ist okay wisst du was drin ist mein stativ ja da seht ihr das fox novo heavy die weg da was die scheiß heavy dati studio recording mikrofon stent dafür für handys oder was nein geht nicht so ja mikrofon bin ich ein lappen alter ja hier haben wir das mikrofon kann das hier kann man das hier aufmachen der seite mal ganz schnell ganz easy und schnell ganz simpel und dann den scheiß rausziehen einfach so jetzt schneller ein bisschen wackelt ist der karton hier haben wir jetzt ständer also das mit man halt am tisch fest hier haben wir den arm und hier wo das mikrofon reinkommt ich glaube das brauche ich gar nicht das hier brauche ich gar nicht das ist für so mikrofone zum singen und so ich brauche ja nur mein mikrofon festmachen heißt dass ich das hier dass ich das hier gar nicht braucht okay so ich habe neue waffe gefunden hier nicht war es also hier unten wird das dann festgemacht hier dem hebel hier unten auf drehen dann halt beim tisch oder so verfestigen und hier haben wir jetzt den arm weg geht dann halt so raus auf jeden fall klappt man den dann auf wenn ihr bock habt also ich denke mal so wenn wir mehr abos haben kann ich immer eine room tour machen ja und dieses ding das wird dann halt da oben drauf geschraubt aber das brauche ich nicht das ist halt hierfür so mikrofon zum singen wie gesagt ne ja werde ich den nächsten zu mit dem stativ auch machen dann ist vielleicht besserer klang vom mikrofon wir sehen uns im nächsten live stream wieder